Juhu! Haha! Wir checken, gefahren, geprobt. Da ist er, der Teufel. Oh, ein fetter Sprung. Das ist immer schick. Der nächste. Hacken runter und dann läuft die Sache. Ich würde mal sagen, den Deister. Gecheckt, gefahren, gerockt. Nett! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.